Wichtig ist, ihr entscheidet wie ihr spielen wollt. Seid ihr Rechtshänder, spielen die meisten über Kreuz, rechte Hand auf der Hi-Hat, linke Hand auf das Snare. Seid ihr Linkshänder, habt ihr quasi zwei Möglichkeiten zu spielen. Entweder baut ihr das Set komplett spiegelverkehrt auf, das heißt die Hi-Hat ist nicht links, sondern rechts und die Snare ist da, wo das Floortom ist. Oder ihr könnt genauso Open-Handed spielen, das heißt ihr seid nicht über Kreuz, sondern ihr spielt die Hi-Hat links und auch mit der linken Hand. Sie muss dann halt ein Stück tiefer sein als wenn ich jetzt als Rechtshänder über Kreuz spiele. Aber so habe ich die Möglichkeit quasi mit dem Right-Becken vielleicht hier links quasi das ganze Set zu nutzen. Das ist auch vollkommen okay. Wichtig ist, ihr entscheidet wie ihr spielen wollt. Ein bisschen noch über Kreuz spielsthema. Wenn ihr könnt euch jetzt da, dann für den Markt listier euch das Danke.